Mit 60, so sagt manche, hat man das beste Alter eben erst erreicht. Forstinger ist im 60. Lebensjahr so frisch wie nie und das möchte der heimische Mobilitätsspezialist feiern. Mittelpunkt des Jubiläums ist natürlich ein Auto, ein VW Käfer. In der Vergangenheit war der Volkswagen Käfer das Automobil für alle und in der Gegenwart ist das Auto, das alle mögen. Forstinger ist der Mobilitätsfachmarkt mit Werkstätten für alle und so hat man eins und eins zusammengezählt und einen Käfer besorgt, der genauso alt ist wie Forstinger selbst. Die Abholung des Oldtimers übernimmt natürlich der Chef höchstpersönlich und teilt auch gleich seine Gedanken zum kultigen Auto. Es ist ein richtig sympathisches und schönes Auto. Er hat als extra sogar dieses Schiebedach oder Fetzendach, wie man wahrscheinlich früher gesagt hat. Also alles da, was man braucht, um Spaß zu haben und sympathisch zu sein. Und der Zustand? Immerhin gehen 60 Jahre nicht spurlos an einem Auto vorbei. Der ist eigentlich für ein Auto in dem Alter wirklich sensationell gut. Ich meine immerhin, er springt noch an, er ist einige Jahre hier drinnen in seinem Dornröschenschlaf gewesen. Fährt immer noch. Aber ob der Käfer wirklich so gut ist oder doch eher der klassische Bastler-Hit wird erst nach einer gründlichen Zerlegung klar. Also ab auf den Hänger und rein in die Forstinger Werkstatt in der Filiale Wels. Selbstverständlich wird der Oldtimer in Eigenregie wieder straßentauglich gemacht. Der Wusels, da passiert richtig viel. Was genau? Das fragen wir, wem der sich auskennt. Berthold? Ja. Hallo Andi. Das Team besteht aus vier Köpfen. Aktuell. Da ist der Smile. Er ist bei uns für das Qualitätsmanagement in den Werkstätten zuständig. Er ist der Projektleiter. Dann haben wir den Edin. Der Edin ist der Werkstattleiter von hier, von der Filiale in Wels. Dann als nächstes haben wir den Patrick. Der Patrick ist unser Techniktrainer und auch für die Ausbildung der Lehrlinge. zuständig. Und dann haben wir unseren Alex. Alex ist auch Kfz-Meister. Hat selbst einen Käfer zu Hause und der wird sich um die Teilebeschaffung kümmern. Berthold Finster ist ebenfalls Kfz-Meister und sorgt für einen reibungslosen Ablauf des Käferprojekts mit ganz viel Enthusiasmus und all seinen Sinnen. Ja, das ist das Auto mit dem Österreich mobil geworden ist. Da geht das Herz auf. Wenn du den Käfer hörst, wenn du den kriegst, wenn du ihn einfach schmeckst, da fährt dann etwas Klassisches vor dir. So wird der Käfer Stück für Stück zerlegt. Und dafür ist gutes Werkzeug in entsprechender Vielfalt unabdinglich. Unterstützung gibt es von der Firma Adamol, die für den Vertrieb der Marke BGS zuständig ist. Ja, Firma Adamol ist mehr als 40 Jahre Lieferant der Firma Forstinger mit Öle, Pflegeprodukten und eben Spezialprodukte für BGS-Werkzeuge. Und das ist natürlich der Grund, warum wir dieses tolle Projekt gerne unterstützen möchten. Für so ein Projekt benötigt es aber nicht nur gutes Werkzeug, sondern auch die passenden Möbel. Die Werkbank sowie der Schrank kommen von der Firma Berner. Ja, schaut gut aus. Also super. Berner hat aber vor allem hochwertige Kleinteile im Programm. Die Firma Berner liefert Schrauben, Beilagscheiben, Muttern, Bremsleitungen, Benzinschläuche, natürlich alles in höchster Qualität. Und das ist der Grund, warum wir bei so einem Projekt unbedingt dabei sein möchten. Die Werkstatt ist also eingerichtet und das Team ist hochmotiviert. Und der Käfer, der wird erstmal um sein Interieur sowie um einige Karosserie-Teile erleichtert und um einige Flüssigkeiten. Öl, wobei ein altes Sprichwort sagt ja, ist nichts drunter, ist nichts drinnen. Und obwohl das Fahrzeug für dieses Alte in einem wirklich guten Allgemeinzustand ist, ich glaube für die Jungs und Mädels von Forstinger erwartet er noch richtig viel Arbeit. Welchen Zustand der Käfer nach der Zerlegung hat und ob die Technik noch in Ordnung ist, sehen wir in einer zukünftigen Folge. Und wenn Sie darauf nicht warten möchten, können Sie online auf 60jahre.forstinger.com gehen und unter anderem einen Roadtrip mit dem fertigen Käfer gewinnen. due jetzt im Fernsehen. Jungs 20 Lab prostitution wird nur 1995 im Sampea wider хватt. Jungs 21 2020 chief